Was ist kalter und heißer Knoten? Das ist ein Knoten, der im Gewebe weniger Stoffwechselaktivität zeigt, sprich keine oder nur wenige Hormone produziert und in der Umgebung, in dem sind die grafischen Bild, blau oder als blaue Fläche erscheint oder als blauer Punkt. Insgesamt sind die heißen Knoten stoffwechselaktiv und die kalten Knoten nicht stoffwechselaktiv. Untertitelung des ZDF für funk, 2017